Ich habe keinen AFK, aber ich war ja gar nicht AFK. Ich war ja gar nicht AFK. Ach hier und wie will ich? Okay, wir sind hier. Ja. Ja. Okay, this is tricky. Okay, here we go. Okay. 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 Was ist da drinnen? Was ist da drinnen? Was ist das denn? Das hieß die Town Hall. Das ist die Rückseite. Das Rathaus mit dem Turm. Auf der Rückseite ist diese Polizeidienststelle. Mit dem Arrestzeilen. Was ist das? Was ist das? Und die habe ich wieder flott gemacht. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das dritte Maus habe ich repariert. Da meintest du doch letztens so, da sah aber was vor. Schon lange fertig. Das dritte Maus ist wieder neu gemacht. Hier war ein Loch in der Wand zum Gerichtssaal rüber. Was ist das? Was ist das? Hier war der Boden eingebrochen. Das habe ich neu gemacht. Boden eingezogen. Was ist das? Was ist das? Das ist so scheiße. Was ist das? 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 Ich weiß noch nicht, ob die hier oder die da. Siehst du, hier war die Decker eingestürzt. Ich weiß noch nicht, ob ich hier bin. 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 alter so scheiße so 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 we are going to go around here so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Während quasi alles über das hier bei der Townhall drumherum Und zwar beginne das quasi hier schon wieder T der Dritte Hinter dieser Wand ist die Townhall Jetzt sind wir unter der Townhall Und nachher kommt das hier alles weg Und wenn sich da Zombies durchgraben, fallen die einfach runter Das ist die Idee Wir fallen dann einfach hier runter Und können da unten machen was wir wollen So Das war's. Das war's. Das war aus Versehen. Das war's. 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 Ein terabyte. Das war's. 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 Ich bin jetzt schon da. Das war's. 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 Was ist. Das war's. 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 Ja, aber guck mal, hier ist ja, die schwebt ja förmlich. Ja, guck mal, hier ist ja, guck mal, hier ist ja, guck mal, hier ist ja, guck mal. Ja, guck mal, hier ist ja, guck mal, hier ist ja, guck mal. Ja, guck mal, hier ist ja, guck mal, hier ist ja, guck mal. Ja, guck mal, hier ist ja, guck mal, hier ist ja, guck mal. 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 Die wissen genau, wo sie am wenigsten damage machen müssen. Das ist so. Das ist so. Ja, klar. Das ist halt ein Kunst. 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 Oh, das ist halt ein Kunst. Das ist halt ein Kunst. Das ist halt ein Kunst. Kommit das. Das sind halt eine Kunst. Vielen Dank. Vielen Dank. Schade, dass ich keine Bilder vorher gemacht habe. Schade, dass ich keine Bilder sehen kann. Schade, dass ich keine Bilder sehen kann. Schade, dass ich keine Bilder sehen kann. Ich bin so voll. Schade, dass ich keine Bilder sehen kann. Ja. Ja. Schade, dass ich keine Bilder sehen kann. Ich bin so voll. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay. Hmm. Okay. 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 So. Okay. 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 Geh auf deine inneren Stimme Geh auf deine inneren Stimme Geh auf meine alten Rampe Und hebe den Turm aus Das wird jetzt einfach massiver Fuß Am Samstag wollte meine Schwiegermutter ihren 60. feiern Bitte? Die Feier am Samstag, morgen wird meine Schwiegermutter 60 Am Samstag war eine Feier mit 20 Leuten geplant Jetzt haben sie die Grenze auf 10 runter gesetzt Oder auf 10 Ne auf 10 runter gesetzt Dann macht er 2 Was? Dann macht er 2 Was? Da kam gerade in Stream Die Idee, wir machen 2 feiern 2 x 10 Schön ist auch wenn wir jetzt hier Ja Nein, du wisst, dass ich jetzt ja alles Ja, ich komme in meinen Streams immer auf die Gläge hin Ich kann da nichts dran Ich kann da nichts dran Ich kann da nichts anders Eine Zeichnung für später. 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 �t höchern. E Association channels Akzent. Absolvent. Angel Azbent im 391. Lazio xlijk Desbentons corners vorballiver. Evolution. Okay. 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 T-R-H-O-L T-R-H-O T-R-H-O-L 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 mal dicht. Oder lass den Dan ein bisschen quatschen. Genau. Machst du dicht? Machst du zu? Ich bin kurz in der Küche und mach mir Müsli. Ja, ich werde euch mal am besten zu unterhalten. Bis gleich. Bis gleich. Ja, so, dann wollen wir mal alles vorbereiten für Elite The Angels. Lange, lange nicht gespielt, aber da kommen neue Möglichkeiten. Und ja, da will ich mit dem Tim mal reingucken, dass man sich da ein bisschen vorbereitet. Das soll wohl ab nächstem Jahr möglich sein, komplette Landungen auf dem Planeten durchzuführen. Und ja, da checken wir mal so ein bisschen ab, wenn wir weiter schon ein bisschen was geht. Ansonsten müssen wir erstmal schauen, in welchem System wir uns unterschiedlicherweise befinden. Ja, das wird dann nachher so richtig gelb mit Avatar, also dass da die Leute wirklich auf den Planetenoberflächen rumlaufen können. Was jetzt bei Star Citizen ja schon möglich ist. Ja, ging das jetzt bei Star Citizen ja schon möglich sein. Ja, ganz lange nicht. Oh, ist aber noch das gleiche. An jedem Generationssystem wird vorbereitet. Timing-Phase und Grafikkartenprofil wird aufgebaut. Bitte warten. Dies wird beim ersten Spielstart generiert, aber auch beim Wechsel der Grafikkarte oder wenn Treiber aktualisiert werden. Nicht klar. Nicht klar. Nicht klar. Das Generationssystem ist abgeschlossen. Willkommen Commander, jawohl, 22,9 Millionen Credits, ok. Okay. 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 Ja, Steuerung wäre natürlich, wenn man da jetzt mal rausfinden würde. Nein. Aber dann haben wir mal meinerseits den Stream an. Okay. 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 So, ich bin jetzt hier. So, so, so. Ja, okay. Dann danke ich an dieser Stelle für all die Zuschriften. Die Bleibung war eine schöne Zeit. Was? Mit wem? Wie? Wo? Ich sag, das war eine schöne Zeit. Ja. Mit meinen Zuschauern. Aber. Ich halte mir gleich um in den Weltraum. Genau. In die Milchstraße. Keine Ahnung, wo wir da stecken. Ja, das weiß ich auch nicht. Wir müssen das erstmal rausfinden. Also ich werde jetzt erstmal meinen Stream anholen. Okay. Eigenwerbung FTW. FTW. Nein. War natürlich keine Eigenwerbung. So. Ja, dann, falls ihr Lust habt, Elite Dangerous gibt das gleich. Und äh. Ich hab mal meinen, meinen, meinen Joystick, den kann ich ja auswählen da drin. Beleg, ich muss erstmal rausfinden, welche Tasse für was. Okay. Kann spaßig werden. So. Elite Dangerous. Das spielen wir nicht. Und äh. Vielleicht habt ihr Lust mitzuschauen. Zuletzt gespielt 12. Dezember 2018. Das war mein Geburtstag. Vor zwei Jahren. Ich hab halt keine Freunde. Zehn Leute. Würde ich gar nicht zusammen bekommen. Dann müsste ich zweimal fünf machen. Ich hab das nur auf Uplay, glaube ich. Das ist eigentlich ziemlich cool. Scroll mal runter, ob man das auch zu mehreren spielen kann. Äh. Ich muss auf der Shop-Seite gucken. Mhm. Mhm. Online-CVP und Co-op. Na cool. Dann könnte man auch mal Ritter-Spiele machen. Ja. Das ist schön mit der Axt. Den Arm. Das ist sehr wie 7D. Ja. Muss ich aber das installieren. Musst du bleiben. Ich muss mit dem Ja curseded und auch mich. Ich bin浮담. Ach, das ist der Fall nicht. Das ist okay. uccess хотите haben. Der neue Game Mode ist Infinite Reliability. Wow, ok. More than 30 modifiers. Ich hab natürlich den Samurai-Typ noch. Oder den Bickel noch. Es ist auch wieder so. Ich musste schon Freunde haben, wenn ich Online-Spiel habe. Das ist auch wieder so. Ich glaube hier ist es mittlerweile auch wie bei den anderen. Wenn du irgendwas machen willst, musst du ja für 100 Euro DLCs kaufen. Das ist ja richtig blutig vorher. Ja. Auch schon immer. Kenn ich ja nicht. Ich hab mir das nur mal damals für lau oder so. Hatte ich das gekriegt? Oder habe ich das auf... Ich weiß gar nicht, ob ich das auf Uplay habe oder ob ich das auf dem Online habe. Wie heißt das nochmal mit E? Äh... Epic. 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 Es ist jetzt eigentlich... Ich streame ja immer noch. Wollte ich doch gar nicht. Ich wollte doch Müsli machen. Manche auch. Das wird ein fettes Müsli. Das reicht fürs Alpha Centauri. So. Okay. Ja. Also die Spiele habe ich jetzt installiert. Seven Days, Ark, Atlas, Destiny. Dauert noch am Tag. Wie heißt denn du eigentlich bei Dangerous? Ich hab keine Ahnung. Okay. Muss ich mir denn mal sagen. Ähm. Den Kommandantennamen halt. Remember me? Hab ich mal wieder installiert. Was? Das fand ich auch sehr schön. Welcher? Remember me. Was ist denn das? Ich weiß nicht. Generation Zero ist doch so ein Roboter-Spiel, oder? Ja. In Schweden. Aha. Remember me. Die kann Gedanken verändern. Okay. Und das ist ja so ein Roboter-Spiel. Und das ist ja so ein Roboter-Spiel. Und das ist ja auch so ein Roboter-Spiel. machen kann, bauen und so. Ja, also das hier Single Game, Lifestyle Rom, Kampagne in Neu-Paris 2000 oder 21, 40 oder so. Spielt das Mädchen hier, die ist ganz süß und die kann halt voll Karate und alles. Aber eben auch die Gedanken von Leuten verändern. Das mit den Moves hier und so, das habe ich halt überhaupt nicht geschnallt. Irgendwann bin ich stecken geblieben. Da kamen so Typen, die musste ich immer aufdecken oder irgend so ein großer Roboter, der mich immer platt gemacht hat. Aber coole Moves, cool animiert, schön designt. War alles auf Russisch? Ne, der Typ erzählt gerade auf Russisch. Achso. Ach, das bist du nicht du, der jetzt spielt? Ne, einfach irgendwas rausgegriffen. Ja. Also ich finde ja so eine Städte in der Zukunft ziemlich krass, diese Ghettos und sowas, lieber wie wir jetzt ein Kabel da rumhängen haben. Ja, wie früher auch. Ja. Hier ist dann zum Beispiel so eine Erinnerung und dann kannst du dir rumfuschen und die manipulieren und vorhin zurückspulen. Und damit dann ist halt das Verhalten der Leute. Das ist ja wirklich lasert. So ein Exo-Arm, mit dem kann sie irgendwelche Sachen machen. Oh, umhauen die Leute. Zack, zack. Oh, umhauen die Leute. Oh, umhauen die Leute. Oh, umhauen die Leute. 2.000 Mal aus. Klaili Dandros steht 1984. und auf jeden Fall. Nächste. Oh, das ist so cool. Die Flüchtlinge mit einem Achtung zu erwähnen, die die Animus aus Assassin's Creed sind die Schwiegler-Belizenden und die gleichen Mutanten von Lippen Rie. Alle nur die Schwieglerinnen, die nicht nur die Schwiegler, weil die Schwieglerinnen und so ein Schwieglerinnen und so einen Schwieglerk. Hier gibt es auch Probleme mit der Erwärmung. noch runter, der Toral Start Hallo, Kommander Die Weile? Hey, Harry Was macht die denn da alles? Gegen den großen hab ich nämlich verloren Ich bin immer abgehauen und die geht voll auf den Dorf Was ist das? Die Russen halt Genau, ganz viel Parcours Hier voll Spoiler Ja Von wann ist das? Von 2013 auch Alle von 2013 Ja Rust und dann hier das Grafikprogramm Noch keine Screenshots aufgenommen Was? Ja Rust muss ich auch mal wieder rein Ja Generation Zero Das war mit den Robotern in Schweden Genau Miscreated Scum Alles dasselbe Journey of Life Können wir noch mal wieder rein gucken Können wir noch mal wieder rein gucken Clickbait Zurück in die Milchstraße Stratzen Hüpp The Milky Way Der Joystick hat sich verbessert Glaub ich Der Joystick hat sich verbessert Glaub ich Ist jetzt nur Joystick oder was? Na ich hab doch hier meinen Sightech X56 Habe ich jetzt mal mit einem Vorherfertig das Profil ausgewählt Und ich hab so ein Lobbytec Geht ziemlich gut ab Sooo Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Mittag Mahlzeit Punkt 12 Ich euch auch Also meinen euch Und Hier ist der Daniel und hier ist auch der Tim im Hintergrund